Was ist deine Lieblingsserie? Prison Break Breaking Bad Oma 4 Allermann 6 Jerks Prison Break I met your mother Friends Blacklist Prison Break 4 Blocks Prison Break Blacklist Blacklist auf die 1 Kiss Martenia Ich guck keinen Fernsehen Machen wir auch Blacklist Ich kenn's gar nicht darüber Ich guck nur, film mir die dauern nicht für lange Frag mal bitte ganz kurz, was ist euer Lieblingsfach in der Serie? Nee, was ist eure Lieblingsserie? Schomburg Breaking Bad äh, Prison Break Snare, Shoot Taffi Shoot allas for theutes Shoot Shoot Shoot